moin nach dem kostenlosen update 2.0 und dem dlc phantom liberty bin ich von cyberpunk 2077 so richtig begeistert ich meine das ist kein geheimnis wer meine reviews angeschaut hat oder mein display merkt einfach wie viel spaß ich daran habe und ich kann das spiel jetzt nach diesen erweiterungen und den patches wirklich nur jedem rollenspieler ans herz legen aber bloß war ich ein spiel so richtig gerne mag heißt es noch lange nicht dass ich dabei alle es übersehe und jede kritik ausblende das kennt ihr vielleicht auch schon von meinen baldos g3 videos ebenfalls ein absolutes meisterwerk eines der besten rollenspieler aller zeiten aber wenn da quatsch passiert spreche ich das auch an und so ist es leider auch gerade bei cyberpunk 2077 worum geht es ich spreche von den twitch drops dies zur phantom liberty gibt das ist jetzt erstmal nichts besonderes ich bin nicht so ein großer fan davon obwohl ich es eigentlich sein sollte ich bin ja content creator ich mache youtube videos ich stream aber auch auf twitch obwohl ich moment ein bisschen weniger streame als normalerweise einfach falle ich mit auf meinem youtube kanal mit starfield mit baldos g3 und cyberpunk 2077 gleichzeitig so viel zu tun habe ja und nicht nur eben spiele nicht nur das place mache sondern auch info videos guides news und alles drumherum was jetzt nicht unbedingt so live stream mäßig sich lohnt aber normalerweise ist es für mich auch mehr auf twitch und diese twitch drops wer das gar nicht kennt das ist normalerweise so wenn spiel neu rauskommt dann kann man sein game account über die sei jetzt über cyberpunk eben das cd project red account oder bei bei los g3 war es der larian account den kann mit dem twitch account verknüpfen und wenn man dann einem live stream zu dem spiel zuschaut meistens um eine stunde oder zwei dann kriegt man in game items freigeschaltet für sein spiel passiert automatisch sobald man das einmal verknüpft hat findet man dann sobald man da genug zugeschaut hat in seinem inventar wenn man das spiel das nächste mal startet diese items und das gibt es jetzt auch bei cyberpunk also es geht natürlich darum von dem publisher von dem entwickler dass ihr spiel auf twitch viel geguckt wird weil das dann in den charts nach oben rutscht ja und je höher ein spiel in den charts ist in den twitch charts desto mehr leute werden darauf aufmerksam die vielleicht das spiel jetzt noch nicht so auf dem plan hatten die dann denken oh so viele leute gucken dazu das muss ein tolles spiel sein dann gucken sie in die streams rein und finden das spiel vielleicht gut und kaufen sich das das ist einfach das rational die idee dahinter warum machen dass die entwickler und für die content creator hat es vielleicht den vorteil dass mehr leute in den stream schalten allgemein auf twitch weil sie eben diese drops bekommen wollen und vielleicht finden sie den streamer dann so toll dass sie denken oder ist ganz cool da schaue ich häufiger rein dass er so ein bisschen der vorteil für die streamer meiner erfahrung nach ist das so ja dass die leute also bei mir schon zuschauen auf twitch die gucken dann rein sowieso und dann hast du aber noch so eine welle von leuten die einfach in den stream schalten in irgendeinen meistens einen der hat relativ weit oben ist denen dann völlig egal weil sie vielleicht normalerweise gar keine streams gucken und sehen aber da sind die drops aktiviert die wollen hat nur diese in diese in game items abgreifen und fragen dann auch mal so wie kriegt jetzt die drops das funktioniert nicht und dann dreht sich finde ich viel zu viel gerade am anfang wenn das aktiv ist im twitch chat um diese drops es geht ja nicht mehr um das spiel es geht nicht mehr um die community oder irgendwelche legitimen fragen zum streamer zum spiel sondern es geht immer wie der drop funktioniert nicht wie geht das jetzt warum und das nervt mich eher so da habe ich diese leute da ich will die drops ist auch nicht ausmachen beim stream weil es natürlich auch leute die mich gerne schauen und den will ich ja nicht die drops ausschalten dass sie die woanders besorgen müssen also man ist da ein bisschen so eine zwickmüde ich finde das jetzt nicht so gut ist aber auch jetzt nicht super schlimm ich will jetzt auch nicht zu hoch kochen ja zum release von cyberpunk 2077 phantom liberty gibt es die twitch jobs jetzt eben auch wie das spiel das heißt ihr müsst in die twitch streams reinschalten und jeweils eine stunde zugucken die sache ist allerdings erst mal dass es vier items gibt eine hose schuhe eine jacke und headgear eine kopfbedeckung und man muss um alle vier sachen zu bekommen in den nächsten ich weiß nicht wie es ist das ist jeweils für ein item gibt es einen zeitraum von neun tagen oder acht tagen solche für die hose 25 der neunte bis zweiter zehnte stiefel dritter zehnte bis zwölfter zehnte jacke 13 der zehnte bis 21 der zehnte und kopfbedeckung 25 der neunte bis 21 der zehnte also muss sich jetzt in dem zeitraum eine stunde einen stream mit aktivierten drops zuschauen ist schon mal einfach nervig weiß dann nicht mehr einfach so netter bonus ist und dann lassen dass man sich irgendwie auf den zettel schreiben muss jetzt auch nichts schlimmes aber ja auch schon mal nicht ideal aber das letzte und das finde ich halt richtig blöd einerseits ist es eigentlich egal andererseits für nichts blöd ich erkläre es gleich noch mal genauer erst mal erklären worum es geht sie nennen das support streamer und zwar gibt es ein exklusives ingame scharfschützengewehr das heißt jascha das kann man über die gesamte zeit von 25 9 bis 21 10 bekommen und zwar muss man da nicht ein stream zuschauen sondern muss in irgendeinem stream zwei abonnements an der beliebigen stufe kaufen das nicht für sich selber als geschenk abo was auch immer normale twitch abos kosten drei euro 99 jetzt gerade bis ende oktober setzt nach die nächsten kurzen paar tage kostet nur 2 99 weil das gerade bisschen reduziert ist aber danach kostet 3 99 im prinzip muss man wenn man dieses gewerb haben möchte geld bezahlen um ein ingame frei item frei zu schalten ich will gleich vorneweg sagen das spiel braucht es überhaupt nicht ihr könnt das ganze spiel perfekt durchspielen es gibt genug waffen ich weiß jetzt auch nicht auch keine ahnung ob die schwäche oder stärke ist als andere waffen sagen wir einfach sie ist auf dem gleichen niveau ja sie sieht ganz cool aus aber sie ist auf dem gleichen niveau ihr findet genug waffen ihr braucht das nicht keiner hat einen nachteil im spiel wenn er das nicht kauft das ist die gute nachricht sozusagen die schlechte nachricht ist dass ich mich noch gut an diese zeit erinnern wo das so richtig schlimm war es hing so vor zehn jahren vielleicht gefühlt an und vor fünf jahren gab es diese welle wo wirklich irgendwie so viele ingame items wo spiele bisschen darauf konzipiert waren dass du dir nicht unbedingt einzelne items unbedingt kaufen konntest das auch aber auch viel quality of life wie manche sache musst du nicht machen manche open world aktivitäten schneller xp bekommen die die publisher entwickler haben alles mögliche versucht um noch zu sich geld zu verdienen mit items und services drumherum die das spielerlebnisse aber einfluss noch mal das ist in cyberpunk hier nicht der fall aber es gab diese welle die zum glück wir am abflauen ist weil die leute gemerkt haben die publisher die leute finden das scheiße die haben ja keinen bock drauf die sind davon eher genervt man kann vielleicht irgendwelche cosmetics in bestimmten so multiplayer spielen verkaufen und so das ist noch mal eine eigene geschichte aber für solospiele da sowas einzubauen ist eine scheiße vor ein paar jahren war es dann wirklich so dass die spiele so ein bisschen nicht so richtig im kern so wie free to play spiel aber so ein bisschen darauf ausgelegt waren dass diese items das leben leichter machen das spiel beschleunigen und bestimmte nervige sachen ausschalten wenn du etwas kaufst in dem spiel was irgendwie dein spiel beschleunigt angenehmer schneller nerv freier macht dann heißt es existieren sachen im spiel die das rechtfertigen aber eigentlich sollte die designdipphilosophie sein dass alles was nervt alles was unnötig zeit kostet alles was keinen spaß macht was man überspringen oder beschleunigen möchte sollte er in einem guten spiel der entwicklungsprozess ausgeschaltet werden dass die guten sachen noch drin sind und auch hier ich wiederhol das noch mal weil es mir wichtig ist cyberpunk 2077 hat das im spiel nicht das ist ein gutes spiel es hat für mich keinerlei nervige sachen sachen die überspringen möchte es gibt natürlich irgendwelche gigs und neben müssen die mich nicht interessieren die mache ich dann nicht und die brauche ich aber auch nicht um das spiel durchzuspielen das ist nur für leute die noch mehr in der welt erleben wollen weil sie so begeistert sind aber wir hatten diese welle vor ein paar jahren und die ist ein bisschen am abflauen weil einfach die entwickler erkannt haben dass das nicht beliebt ist dass die leute dagegen sind und auch sich dagegen äußern und ich finde einfach wenn jetzt silly project red die für mich ein besonderer entwickler sind so ein bisschen nicht naja so ähnlich wie larian aktuell noch ein bisschen höher man muss jetzt auch nicht das abwägen aber ich sag mal einfach ein entwickler dem ich sehr vertraue den ich sympathisch finde den ich mag der für mich ein gutes produkt macht wo gute leute arbeiten die wirklich an ihre kunden denken an die spieler und denen das alles wichtig ist es hat so ein knacks bekommen damals mit dem release von cyberpunk 2077 aber es haben sie wirklich wieder ausgebügelt mit den ganzen patches in den letzten jahren dieser ganzen patch politik mit dieser hingabe und leidenschaft wie sie sich um cyberpunk gekümmert haben den ganzen kostenlosen sachen jetzt abschließend dem kostenlosen großen update 2.0 und dann dem herr sehr hervorragende dem wirklich tollen add-on phantom liberty sind sie für mich einer der guten entwickler ja also gut im sinne von dass sie gutes produkt machen aber auch gut im sinne dass es die guten sind und gerade wenn dieser entwickler dann sowas macht wo dann einfach wieder ein in game item nur verfügbar ist wenn man dafür geld bezahlt vor allem auch noch auf so weit sie profitieren ja in dem anführungszeichen nicht mal selber ist ja nicht so dass sie für sich selber das machen dass sie selber geld damit verdienen sondern twitch verdient geld damit amazon verdient geld damit und der streamer bei dem das passiert verdient geld damit auch damit sollte ich eigentlich als twitch streamer und content creator froh sein und hoffen dass sich das jetzt irgendwie einbürgert dass jedes spiel sowas rausbringt weißt du wenn man mainstream schaut und mich abonniert und noch ein abo verschenkt kriegt man noch fünf autos und drei knarren und noch eine romanze mehr weißt du als bestes macht doch nur noch spiele wenn jemand nicht abonniert kriegt er das halbe spiel noch oben drauf also wenn ich egoistisch sein würde würde ich halt sagen ja macht das die ganze zeit ich mag das nicht ich finde das nicht gut und ich mag es auch jetzt in dem fall nicht weil es einfach das normalisiert bringt andere entwickler auf die idee sowas ähnliches zu machen und wieder einfach das gefühl bei den leuten ah ja es gibt in game items für geld und auch cd project red macht das ja dann können auch wieder andere machen und naja das machen irgendwie alle dann regen uns einfach gar nicht mehr drüber auf und so nee ich will das nicht ich will auch diesen noch mal vielleicht diesem vorgreifen dieses gibt es dieses fomo fear of missing out sagen kann ja hey du brauchst das gewehr doch gar nicht dann ärgere dich doch auch nicht drüber dass das gibt und es ist auch wirklich so in diesem konkreten einzelnen beispiel ist mir das relativ egal ob dieses gewehr existiert ob das acht euro kostet ob man das braucht oder nicht es ist mir egal weil man es eben nicht braucht aber ich möchte einfach nicht dass sich das wieder etabliert ich möchte nicht dass das wieder mehr gang und gäbe wird wo wir gerade in den letzten jahren eine gegenteilige entwicklung gesehen haben und deswegen war ich da ein bisschen enttäuscht als ich das wieder gesehen habe naja aber ansonsten ich habe richtig viel spaß an phantom liberty an cyberpunk ich hoffe ich sehe euch bald wieder einmal an einem meiner nächsten videos zu cyberpunk in meinem let's play oder baldos gate 3 starfield oder was auch immer euch noch einen schönen tag und bis dann ciao